wir würden dich gerne als DJ buchen. Und da sage ich das aber kurzfristig. Da sagen die ja, eigentlich haben wir ja einen DJ, aber der meldet sich nicht mehr. Den haben wir schon bezahlt und alles drum und dran, aber seit drei Wochen meldet der sich nicht mehr. Und ich sage, krass, das sage ich, aber es bringt ja nichts, wenn ihr mich jetzt bucht und der hat alle Daten und wir tauchen am Abend dann zu zweit auf eure Hochzeit auf. Nur weil er keinen Kontakt hat. Natürlich ist es blöd für ihn und so weiter, aber wäre auch blöd für mich. Ich habe gesagt, wer ist das denn? Und dann sagt er, das ist der und der und dann sage ich, pass auf, ich kenne den persönlich, ich habe den so eine Handynummer. Da sage ich, ich rufe den jetzt mal an oder schreibe den mal, weil die hatten, ich glaube, die hatten diese Handynummer von ihm nicht. Die hatten irgendwie nur E-Mail-Kontakt. Und ich habe dem dann, ich glaube, eine WhatsApp oder eine SMS habe ich ihm geschrieben und habe gesagt, ey, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt, Peter, sage ich jetzt einfach mal, sagte, dein Kunde für die und die Feier meldet sich bei mir, will mich buchen, weil du dich nicht mehr meldest. Bitte sei so gut, melde dich mal bei dem. Und dann schreibt er mir zurück, Alter, ich bin beim Angeln. Ich habe mich mal eine Woche ausgeklingt. Dann meldet man sich mal eine Woche nicht und dann werden die Kunden verrückt. Also so hat er es dann gesagt. Zumindest hat der Kunde mir dann irgendwie am Abend noch geschrieben und hat gesagt, ey, danke, der Peter hat sich bei uns gemeldet, wir konnten alles klären. Und dann war die Sache gegessen.